Guten Abend und herzlich willkommen bei unserem nächsten Webinar hier bei JFT Brokers und natürlich auch im Namen von JFT Brokers ein herzliches Willkommen an alle draußen, die wieder hier zahlreich vertreten sind, was mich natürlich wie immer richtig freut. Ja, wir hatten ja fast eine Drei-Wochen-Pause, aber ich mache halt immer zwei Webinare pro Monat und dann kommt es auch mal ab und zu zu solchen Drei-Wochen-Pausen. Achso, wer redet eigentlich? Ja, Stefan Friedrichowski natürlich. Gewohnte Themen, gewohnte Stunde, alles soweit wie gehabt. Wobei, gewohnte Themen, naja, ist heute ein bisschen anders. Thema heute ist ja, was macht einen erfolgreichen Trader aus? Und das will ich tatsächlich mal ein bisschen allgemeiner beleuchten. Wir kommen zwar interessanterweise dann doch wieder auch mal bei Strategien raus, aber heute dann eher nur so ein bisschen am Rande. Aber ich muss noch was sagen. Wir haben heute den 16. Mai 2018, jetzt musste ich schon überlegen, welches Jahr wir haben, 19 Uhr. Also soweit alles normal und das war natürlich auch für die Aufzeichnung. Wie ihr wisst, es gibt immer Aufzeichnungen hier von den Webinaren und die findet man dann auch immer ab morgen, also morgen Vormittag, dann auch immer auf dem JFD-YouTube-Channel. Falls nochmal das eine oder andere vielleicht nochmal gehört werden soll, kann, möchte, ist das dann natürlich gar kein Problem. Da sind natürlich auch die ganzen Aufzeichnungen und zahlreiche andere Webinare, logischerweise nicht nur die von mir, sondern auch von meinen Kollegen, auch durchaus natürlich dann sehr interessante Sachen auch dabei. Ansonsten, wie immer, kurze Vorbemerkungen, Fragen gerne hier einfach direkt in dem Chat einstellen. Das andere, ich habe wie gewohnt die Folien auch schon wieder hochgeladen, das heißt im Umkehrschluss, ihr könnt sie runterladen, direkt aus dem GoTo-Webinar-Control-Panel und habe da dann automatisch die PDFs. Es kommt auch heute mal wieder zu einem Excel-Sheet, wie ja eigentlich fast immer bei mir. Wer das wiederum haben möchte, dann einfach kurze E-Mail an genau die Adresse, die ihr hier auch schon auf der Titelseite seht, nämlich s.friedrichowski at jfdbrokers.com. Ich weiß, mein Nachnamen ist kompliziert, aber wenn es schief geht, macht übrigens auch nichts. Solange hinten jfdbrokers steht und das richtig geschrieben ist, kommt es auch automatisch dann bei mir an. Das macht der Support immer exzellent. Die Frage deutet auf den hin, an den es weiterzurichten ist, also insofern. Aber meistens geht es auch unmittelbar und das ist natürlich auch noch erstmal schön. Gut, soweit Vorbemerkungen, aber noch ein bisschen zum Titel. Was macht einen erfolgreichen Trader aus? Ich will es ganz bewusst heute mal abgrenzen und ich habe lange überlegt, wogegen ich es auch ein bisschen abgrenze und habe mich dann nachher gegen die Bezeichnung Newbie entschieden. Einen Neutrader oder wie auch immer. Gemeint ist einfach, den Unterschied auch auszumachen zwischen einem Profitrader und dann genau dem Totalen entgegensetzen. Dass wir irgendwo alle immer auch natürlich dazwischen sind, sowohl vielleicht mehr noch auf der Anfängerseite oder vielleicht schon komplett auf der Profiseite ist klar. Aber mir geht es um ein paar Eigenschaften, nämlich was dann wirklich den erfolgreichen Profitrader, ich ziehe wirklich auf den Profitrader sogar ausmacht. Das gilt allerdings genauso für den erfolgreichen Hobbytrader. Mit Hobby meine ich so den Unterschied, naja, ob man jetzt halt so wie ich komplett damit seinen Lebensunterhalt verdient oder ob man halt mal auch ein paar Trades macht. Egal, egal ob man Rentner ist, ob man Auszubildender ist und nur mal ab und zu, ganz oft, wie auch immer. Gut, jetzt kommt natürlich, hier kommt schon der nächste, hier hat noch jemand Spielgeld für den nächsten Trade. Umso besser. Also von daher mal abwarten, was da noch passiert. Okay, also darum geht es heute. Was macht das aus? Macht den erfolgreichen Trader aus und naja, bevor wir wie immer wirklich reingehen, natürlich hier noch ganz kurz der übliche Risk Disclaimer. Ihr wisst, ich muss Ihnen immer mal zeigen, während ich hier mal den Zoom noch ein bisschen verändere. Ihr wisst, wir reden über Trading Strategien und final geht es natürlich immer darum, dass wenn ihr tradet, tradet ihr logischerweise final immer auf eigenes Risiko. Das könnt ihr weder mir noch sonst jemandem übertragen. Ich weiß, wäre immer schön, wenn man immer sagen könnte, der andere ist schuld. Aber, nee, gilt hier nicht. Also deswegen, wie immer, einmal der Hinweis hier auf den Risk Disclaimer. Gehen wir mal ins Detail. Ich will heute tatsächlich anfangen mit der Psyche. Mal, und zwar, wir werden gleich sehen, ich benutze da ein sogenanntes Farbenmodell für, das habe logischerweise alles nicht ich erfunden, sondern das kenne ich noch aus, ja, als ich noch in ganz anderen Jobs war, aus Fortbildungsmaßnahmen da. Und da wollen wir mal ein bisschen drauf gucken, aber nur ganz kurz, weil diese Psyche hinterm Traden ist nun wirklich nicht zu unterschätzen. Und das weiß ich sogar für solche, die vielleicht tatsächlich dauerhaft Expert Advisor benutzen. Selbst die sind von den psychischen Belangen des Tradens überhaupt nicht ausgenommen. Weil, gut, man trifft zwar vielleicht nicht mehr gerade selber die Entscheidung für irgendwelche automatischen Trades, aber aufs Konto guckt man ja dann trotzdem. Und insofern ist es nochmal wichtig, sich auch die Psyche zu vergegenwärtigen und welche Eigenschaften da eigentlich wichtig sind. Und das würde ich ein bisschen übertragen, auch in noch weitere Eigenschaften, gerade wenn man vergleicht Profitrader versus Newbie, ich will damit wirklich definitiv niemandem zu nahe treten. Fühlt euch einfach Newbie überhaupt nicht angesprochen, mit all den Fehlern, die da gleich nachher auch mal aufgelistet sind. Aber vielleicht klingelt es dann doch an der einen oder anderen Stelle. Macht nichts. Ist ja auch nur gut gemeint, sollen Ratschläge sein, um vielleicht das ein oder andere Verbesserungspotenzial auch abzuleiten. Ausgehend, was einen erfolgreichen Trader ausmacht, will ich dann auch nochmal wieder einen kritischen Blick auf Charts werfen. Und ihr seht da schon ein Wort, obwohl das hier irgendwie rechtschreibmäßig angekreidet wird. Intrinsische Zeiten wahrscheinlich gibt es das einfach nicht. Wir wollen mal ein bisschen Gedanken uns machen, was uns ein Chart eigentlich wirklich sagt. Also was ist das eigentlich, was wir uns da angucken? Jetzt würde jeder wahrscheinlich sagen, das weiß ich doch. Das sind Kerzen zum Beispiel und die haben Open High Low und so weiter. Ja, gucken wir nochmal genauer drauf, was wir eigentlich wirklich mit dem Chart immer so machen und welche Aussagen wir da eigentlich treffen. Und ob da immer alles so sauber ist, gucken wir uns da mal genauer an. Was natürlich einen erfolgreichen Trader wirklich ausmacht, ist, er nutzt fundamentale Edges. Ich habe jetzt mal bewusst hier nochmal so ein englisches Wort hingesetzt, weil das bürgert sich so in der Trading-Szene ohnehin immer mehr ein, dass man über den Edge redet. Der Edge ist einfach nur die englische Übersetzung von Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und wenn ich da fundamental sage, dann meine ich jetzt nicht die Fundamentalbewertung einer Aktie, sondern einfach grundlegende Aussagen, die man einfach machen kann, um schon bereits Wahrscheinlichkeitsvorteile zu haben. Das geht natürlich und die gilt es zu nutzen. Und dann wollen wir das noch ein bisschen weiter runterbrechen, indem wir uns auch nochmal den Forex-Markt ein bisschen vornehmen und da auf ein paar Edges gucken, weil auch da lassen sich ein paar Sachen ableiten. Aber schließlich und endlich habe ich einfach mal eine Seite mit ein paar Weisheiten aufgeschrieben. Ihr seht schon, da habe ich ein Smiley hintergesetzt. Das ist natürlich alles irgendwie nicht völlig neu und der eine oder andere kennt auch die Sprüche, die ich da vielleicht schon mal aufgesammelt habe. Aber ich will sie einfach nochmal sammeln und hier auch nochmal zeigen, weil die schon wahnsinnig viel zu sagen haben. Fangen wir an mit der Psyche oder mit den anderen Aspekten des Tradens oder was denn einen erfolgreichen Trader ausmacht. Ich mache erstmal nur eine Folie und eigentlich könnte ich mein ganzes Webinar hier schließen. Was eine ganz wichtige Eigenschaft eines Traders ist, ist eigentlich die emotionslose Disziplin. Ich sage bewusst hier zwei Wörter. Es ist einerseits die pure und reine Disziplin bei all dem, was wir hier am Rechner dann tun. Also jeder darf natürlich gerne seinen Rechner nehmen und vor die nächste Wand schmeißen. Da hätte ich jetzt noch nichtmals das größere Problem mit, solange es nicht meiner ist. Es geht mir insbesondere halt um den Umgang mit den Trades. Die verdienen und müssen eiserne Disziplin kriegen. Und emotionslos, ich will uns jetzt hier nicht zum Roboter machen, um Gottes Willen. Natürlich darf man sich auch mal ärgern, alles keine Frage. Aber das darf nicht einen Einfluss auf meine Disziplin haben. Also darf dann mein Regelwerk nicht über den Haufen werfen. Und man kann das kaum oft genug betonen, wie wichtig diese zwei Wörter oder insbesondere das zweite, nämlich die Disziplin ist. Und wer mal sich selbst hinterfragt, das kann ich selber auch nur zu gut von mir sagen, das wirklich anzuwenden, ist eine absolut hohe Kunst. Auf so einem Stück Papier oder hier auf dem Bildschirm tut sich das immer so leicht und jeder sagt, ja, auch mache ich. Aber hier absolut ehrlich zu sich zu sein und sagen, ja, ich bin hier diszipliniert. Ich habe meine Regeln, ich halte mich an meine Regeln. Und das 24-7 ist nicht einfach. Und verdammt schwer sogar. Ich gehe manchmal sogar so weit, das ist die größte Hürde beim Traden. Deswegen betone ich das immer so. Umgekehrt weiß ich, dass viele sagen, oh ja, mache ich ja. Aber erwischt euch mal selbst. Irgendwann kommt dieser Moment, ihr guckt auf den Chart und macht irgendetwas. Ihr zieht plötzlich Stopplosse hin und her. Oder ihr geht einfach mal einen Trade ein, weil ihr denkt, also, naja, Euro, S-Dollar, Short, klingt doch jetzt mal super. Und macht den mal einfach. Und ihr wisst, was immer danach passiert. Einen Tag später ist dieser Trade womöglich im Gewinn, womöglich im Verlust. Und dann kommen immer diese Zusatzschlussfolgerungen, die dann aus dieser Statistik 1 gemacht werden. Ganz schlecht. Deswegen jetzt gar nicht damit anfangen. Disziplin vorher, Regelwerk. Nur wer das absolut für sich vereinigen kann, hat, und da bin ich so knallhart, das Zeug zum erfolgreichen Trader. Diese Disziplin ist hundertprozentig nötig. Warum ist das nicht so einfach? Kurzer Blick auf ein Modell. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Es ist so ein Drei-Farben-Modell. Ich will euch ein bisschen einladen, mal zu hinterfragen, was ihr denn jeweils für ein Typ seid. Beschrieben werden hier die Charaktereigenschaften. Menschen werden jetzt gleich in Schubladen gepackt. Wie bei all solchen Modellen. In Wahrheit kann man hier auch so Fragebögen und sonst was machen. Dann kommt nachher irgendwas raus. 30 Prozent davon, 60 Prozent davon und 10 Prozent davon. So ähnlich läuft sowas normalerweise ab. Und das ist halt eher sinnbildlich. Durch drei Farben werden bestimmte Grundcharaktere versinnbildigt. Es gibt ein leicht anderes, dann geht es dann auf vier Eigenschaften. Aber ich will es ein bisschen kürzer machen, weil es so auch zum einen sortieren, grundlegend kann man relativ schnell. Die blaue Farbe, der blaue Mensch, so bezeichnet man den danach dann tatsächlich, charakterisiert sich zum Beispiel durch, ich habe mal gesagt, es ist der Buchhalter. Das ist so, wenn man einen Beruf als Musterbeispiel für diese blaue Farbe nimmt, dann ist tatsächlich der Buchhalter sozusagen ein gutes Grundbeispiel. Er ist absolut rational, er ist wohlorganisiert, alles ist geordnet. Und auch der Lebensablauf ist in aller Regel total geordnet. Total entgegengesetzt, gewissermaßen auf der einen Seite, ist dann der Rote. Das ist typischerweise so ein Bestimmer. Man erkennt ihn zum Beispiel daran, wenn man meinetwegen mit zehn Leuten in einer Kneipe sitzt, der so dieser Gesprächsführer ist, dieser, der irgendwo das leitet, so ein bisschen bestimmt. Er ist der, der auch eher auffällt, meistens redet er auch lauter. Also er ist irgendwo so ein Lieder. Lieder klingt immer gleich so positiv. Ich nehme mal gleich die negative Eigenschaft mit dazu. Er ist aber auch gleichzeitig so der Ego-Typ. Also der, der auf sich selbst guckt. Der weiß, was er will und kümmert sich eher nicht darum, was andere wollen. Das ist so dieser rote Typ. Jetzt könnte man meinen, klassischerweise sind zum Beispiel Firmenbosse solche Menschen. Man sagt insbesondere Steve Jobs nach, wie ist er nochmal Steve Jobs nach, dass er genau ein solcher Typ war. Also das sind die Roten. Dann gibt es noch die dritte Kategorie, die grünen Menschen. Das sind so eher diese Familienmenschen, so diese Gefühlsleute, die einfach danach achten. Also so erste Frage, man trifft jemanden, hey, wie geht es dir? Das ist so der Klassiker für den Grünen. Er ist so der Kümmerer, der darauf achtet, bei einer Wandertruppe, hey, sind noch auch wirklich alle da. Man nach hinten guckt, nach vorne guckt und einfach nach den Kindern schaut und, und, und. Also das sind alles diese Eigenschaften. Und jeder kann mal für sich selbst so ein bisschen die Frage, die Frage stellen, wo er sich dann hier selber wiederfindet in diesen Farben. Wenn man das übrigens als Test macht, dann kommt halt irgendwann mein Ding raus. Nochmal einfach so eine prozentuale Verteilung. Es gibt praktisch keinen Menschen, der wirklich hier nur mustergültig für einen ist. Das ist halt so, genau wir alle gehören in irgendeine dieser Kategorien mehrheitlich. Und ihr erahnt natürlich schon, der Grüne, ich werde hier gerade gefragt, ob der Grüne auch wirklich eine ehrliche Antwort auf, wie geht es dir, erwartet. Ja, das erwartet der. Und der ist auch enttäuscht, wenn er keine ehrlichen Antworten kriegt. So ist halt der, der Grüne. Und, ähm, ähm, genau, irgendjemand schreibt hier gerade, Hilfe, schlimm, ich bin krass rot, aber privat eher grün. Genau, also, ähm, das heißt, solche Mischungen kommen vor, ähm, wo jeder sich hier sieht. Ist aber übrigens eine interessante Frage, man kann übrigens auch grundsätzlich sagen, wer kann hier eigentlich mit wem, äh, wer ist, für welche Jobs vielleicht eher geeignet werden, übernimmt Rollen. Das Ganze kann man sehr, sehr gut ausdehnen. Äh, wie gesagt, gibt es ganze Bücher zu. Mir geht es um was anderes. Ihr erahnt natürlich, dass es hier bestimmte Eigenschaften gibt, die für Straten ideal sind. Und logischerweise ist der ideale Trader hier hinter, hinter diesem Farbmodell, der Blaue. Keine Frage. Ich habe gerade schon nur von Disziplin geredet. Und logischerweise findet sich der Blaue hinterm Traden am ehesten wieder. Was übrigens danach die nächste schöne Schlussfolgerung ist, wenn man mal sich in der Börsenszene umguckt, also diese, ähm, diese ganzen Marktschreier und, ähm, Leute, die, die halt, äh, ja, auch viel über Traden schreiben, äh, von sich geben, und, 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 sind genau nicht die Blauen. Ähm, eher nicht. Die gehören immer eher tendenziell zu den Roten. Das sind die, die dann über das Traden reden. Ähm, aber vielleicht dann doch nicht, ähm, naja, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ähm, kommt gerade eine sehr interessante Frage, wo denn hier am ehesten die Kreativität, äh, zuzuordnen ist. Also, besonders kreativ ist sogar eher der Grüne. Da wäre diese Eigenschaft zu, äh, zu finden. Der, ähm, also ein, ein, ein Künstler, wenn man mal den nimmt, ähm, Leid gehört grundsätzlich eher in die Grüne Eigenschaft. Ihr wisst, Van Gogh war wohl wahrscheinlich eher ein roter Typ, zumindest das, was ich mal über den, ähm, gehört habe. Also, auch da gibt es natürlich dann, ähm, ähm, andere Sachen. Jetzt kriege ich natürlich schon gesagt, lass doch bloß keinen Buchhalter traden. Ah, da wäre ich mir mal nicht so sicher. Also, ähm, wenn ich ad hoc hier irgendjemandem meinem Geld anvertrauen würde, dann doch lieber dem Blauen. Er ist halt der, der die Dinge organisiert, der das rational angeht und deswegen auch das ganze Bild. Will ich auch schon beenden. Mir geht es einfach darum, ein bisschen so den, den, den Blick zu öffnen, ähm, sich selbst mal einzuordnen, auch immer mit dem Blick auf, um erfolgreich zu sein, brauche ich diese Disziplin. Ich kann nicht dieses hin und her schwanken, zwischen Strategien, zwischen meinen Emotionen, Hilfe, was passiert denn als nächstes. Und, und, und. No way. Deswegen diese Nüchternheit. Heißt, als Trader, wir sollten praktisch diese blaue Ader ausbauen. Ich bin übrigens tatsächlich auch nicht der Mustervertreter der blauen Ader. Ähm, also ich kenne tatsächlich die Resultate für meins ganz gut. Weiß aber, deswegen nenne ich das hier auch so, Trader sollten ihre blaue Ader ausbauen. diese Eigenschaften sind und zwar einerseits, keine Ahnung, ob wie es da Erziehung oder Gene oder sonst was eine Rolle spielt, auf das Thema will ich auch gar nicht eingehen. Was wir allerdings auf jeden Fall können, wir können immer auch Eigenschaften erlernen und vertiefen. Und hier, fürs Traden, die blaue Ader auszubauen, ist definitiv, also das, was dieses Rationale, dieses Emotionslose, dieses Durchdachte, streng nach Regeln, voll diszipliniert ausmacht. Ja, das kann man ausbauen. Und daran kann man auch tatsächlich definitiv arbeiten. Heißt, im Umkehrschluss, dieses Rote und Grüne, diese beiden Eigenschaften, die kann man aber auch wieder ein bisschen kontrollieren. Das heißt, wenn mich jetzt hier tatsächlich jemand packt und ich eigentlich meinen Rechner an die Wand nageln will, gut im Zweifelsfall, wenn ich genug Geld habe, dann tu das halt, dann schmeißt du den Rechner an die Wand. Was halt nicht machen sollten, ist dann einfach plötzlich sagen, ach, jetzt gerade der Trade ist insamt gegangen, ich weiß es besser, jetzt drei Lot, andere Richtung. Und ging wieder schief, na dann zehn Lot, nochmal andere Richtung. Das könnte einem Roten passieren. Ganz gefährlich. Deswegen sage ich, das eine ausbauen, das andere kontrollieren. Entschuldigung. Ich will hier niemanden total erschrecken. Ich hoffe, beim nächsten Mal schaffe ich es vor einem Huster, schnell mein Mikro zu muten, also auf Stumm zu stellen. Sonst fallt ihr mir da noch auf der anderen Seite von, wo auch immer ihr gerade sitzt, steht, liegt oder sonst was. Ich habe mir mal ein paar Punkte darauf geschrieben, woran ich schon gleich immer erkennen kann, auch jetzt, wenn ich mit anderen rede, dass hier irgendwas falsch läuft. Und auch da, die Sachen schreibe ich jetzt nicht auf, weil ich sie irgendwo gehört habe. Was hier steht, kommt von mir. Meine Fehler, habe ich alles schon bei mir beobachtet und auch passiert mir auch jetzt sicherlich noch das ein oder andere Mal. Ihr kennt das, der häufige und sinnlose Blick auf meinen Account. Schnell mal eben mit dem MT4 nachgucken, wo stehen denn die ganzen Trades? Am besten noch auf dem Smartphone, irgendwo unterwegs, Freundin im Arm, sonst wo. Aber nee, ich muss mal eben gucken. Wenn ich jetzt nicht gucke, dann geht das schief. Was natürlich totaler Blödsinn ist. Nichts geht an der Börse schief, nur weil ich nicht gucke. Und wahrscheinlich, ich hoffe, der ein oder andere von euch schmunzelt gerade auch, weil er das, was ich selbst, auch nur kennt. Ja, ich mache nochmal schnell den Rechner an. Kurz gucken. Es sind ja nur ein paar Sekunden. So laufen dann meistens auch die Gespräche mit irgendwelchen Partnern, Freunden, Bekannten oder sonst was. Ich gucke mal eben. Natürlich völliger Blödsinn. Das ganze Gucken bringt überhaupt nichts. Ist ja nur so ein sogenannter Kontrollblick. Aber wir kontrollieren nichts. Wir befriedigen nur unsere Neugierde. Und in Wahrheit haben wir Angst. Und das ist ein sicherer Zeichen dafür, dass hier was falsch läuft. Oder ich gehe abends schlafen und frage mich, mein Gott, wo stehen wohl morgen früh meine Trades? Sofern ich denn überhaupt Overnight-Trades habe. Aber dass dann diese Fragen kommen. Hoffentlich geht alles gut heute Nacht. Hoffentlich passiert da nichts. Sind auch wieder sichere Anzeichen. Oder Anzeichen für die mangelnde Disziplin. Beim nächsten Trade mache ich das dann besser. Ich gucke auf das, was ich gerade tue und dann sage ich, beim nächsten mache ich es besser. Sorry. Dann doch bitte gleich sofort. Warum erst beim nächsten? Wenn, dann doch bitte jetzt. Und da brauche ich nicht auf den nächsten warten. Und wenn ich jetzt gerade einen Fehler gemacht habe mit einem Trade, den ich als solchen erkannt habe, dann gibt es auch eine Möglichkeit, die heißt, Trade beenden. Damit ist der Trade zu Ende. Nicht hoffen. Also, wenn ich schon diese Erkenntnis oder wenn ich mich bei so Sätzen erwische, wie beim nächsten Trade mache ich es besser, dann mache ich es sofort. Also, da brauchen wir nicht lange warten. Ich kriege gerade einen Hinweis mit dem Immer-Wieder-Gucken. Und schreibt mir jemand gerade, nee, wenn ich schaue, wo die Kurse stehen, kann ich meinen SL auf Einstand ziehen und das sogar auf dem Smartphone. Ja, wenn ich das vorhabe, setze ich doch gleich einen Trailing-Stop. Also, wenn ich so etwas machen will, wenn das Teil meiner Strategie ist, dass ich sage, irgendwann ziehe ich den auf Einstand nach, dann nehme ich doch die Techniken, die mir der Computer dafür gibt. Das heißt, ich aktiviere den Trailing-Stop. Das kann ich machen. Danach brauche ich auch nicht mehr online sein. Es läuft komplett beim Broker ab. Das heißt, auch dieser Mechanismus, Stop-Loss nachziehen nach bestimmten Vorgaben, lasse ich doch lieber dann gleich den Rechner machen. Der macht das eh präziser als ich. Und der guckt dann auch wirklich 24,7. Also, sofern die Börse aufhat, passiert dann auch was. Das heißt, würde ich so nicht sagen. Auch da brauche ich nicht für auf meinen Account gucken. Anderer schöner Fehler, der auch immer gerne läuft. Der nächste Trade wird alles richten. Also, immer die Hoffnung auf den nächsten Trade, der dann einfach der bessere wird. Der muss dann die ganzen Verluste meiner vorherigen Trades dann wieder ausklamüsern. ist natürlich auch nicht, geht nicht. Traden, erfolgreiches Traden ist ein, und jetzt nicht vom Sockel fallen, Cent-Geschäft. Selbst, wenn ihr ein 10.000-Euro-Konto tradet, die Summe der vielen, vielen kleinen Trades, dann wird es vielleicht ein Euro-Geschäft. weil im Schnitt wird der mittlere Gewinn, der wird garantiert nicht 100 Euro sein. Ich gönne es jedem, wenn, wer es schafft, einen mittleren Gewinn von 100 Euro zu realisieren, also inklusive aller Verluste. Und das wird nicht der Fall sein, sondern es ist das Geschäft des Kleingeldes. Diese Konstanz, die ist es, die uns dann nach oben führt. Aber was sind jetzt eigentlich, wenn man mal das Ganze hart miteinander vergleicht? Ich habe jetzt einfach gesagt Profitrader versus Newbie. Und ein paar Eigenschaften, die dann gerne und schnell hier fallen. Also ein Profitrader hat immer einen Stopploss. Ich bin gerne bereit, eine Ausnahme zu machen. Ich kaufe einen Lot DAX Long und setze keinen Stopploss. Okay. Wenn ich beispielsweise 100.000 Euro Konto habe, dann bin ich ja ultimativ bereit, dann nach jetzigem Stand 13.000 Euro zu riskieren. De facto habe ich dann ja doch einen Stopploss. Ich habe zwar keinen gesetzt. Ich will jetzt gar nicht darüber philosophieren, ob dieser Trade Sinn macht oder nicht. Aber das wäre sozusagen eine der in Anführungsstrichen Ausnahmen. Weil dann ist mein Stopploss 13.000 Euro. Weil der DAX kann ja nun mal nicht negativ werden. Aber ansonsten gilt, jeder Trade hat einen Stopploss. Ihr wisst, selbst der Stopploss ist nicht das Allheilmittel, um sich zu schützen. Wir wissen, wir haben Gaps, Over-Weekend-Gaps, je nach Instrument auch Overnight-Gaps. Aber was wir immer machen sollten, ist den Stopploss setzen. Der vielleicht hier völlig Unerfahrene setzt vielleicht einen Stopploss, vielleicht nachdem der Trade läuft. Heißt aber dann im Unkerschluss, eigentlich wusste er gar nicht beim Aufgeben des Trades, wie sein Risiko ist. Weil zwei Dinge bedingen sich ja immer gegenseitig. Nämlich das Order-Volumen und wo der Stopploss ist. Das legt ja erst das Risiko fest. Das heißt, wenn ich diese Frage nicht ordentlich beantworten kann, habe ich eigentlich mal ein Problem. Dann ein Trade aus einer bestimmten Strategie hat immer ein definiertes Risiko. Was der Anfänger gerne macht, ist, dieses Risiko immer nur so nach Belieben anpassen. Ja, jetzt mal 30 Euro für den nächsten Trade. Ach, jetzt lieber 10 Euro. Jetzt, da habe ich ein gutes Gefühl. Jetzt gehe ich auf 100 Euro für den nächsten Trade als Risiko. Das ist Quatsch. So etwas muss ein Regelwerk haben. Wie überhaupt die Trades an sich? Das heißt, Trades sollten nach einem festen Regelwerk laufen. Und das macht natürlich der Profitrader. Es ist ernüchternd, wenn man mit Leuten auch von den ganz Großen reden, wie die traden. Es ist wirklich ernüchternd. Ich gehe sogar so weit und sage, traden wird dann interessant, also aus Sicht der wie sehr man drinsteht, wenn es schon wieder langweilig bald wird. Weil nur dann folge ich auch meinen Regeln. Der Anfänger geht vielleicht hin und macht so ein Strategie-Hobby. Dann lese ich noch mal ein neues Buch und da stand doch was drin von 1, 2, 3. Ja, ab jetzt mache ich nur noch das. Das heißt, ich habe eine Strategie, sogar auch als Anfänger, mache damit 10 Trades, denke mir, jetzt bin ich in Summe ins Minus gelaufen, neue Strategie. Das wäre nicht immer Strategie-Hobby. Dann auf der Suche im Internet, im Webinar nach der nächsten. Und so hangelt man sich dann von einem Drawdown in den nächsten und wird auch nicht wirklich glücklich. Was ganz wichtig ist, was jeder Profitrader macht, ist natürlich Edges nutzen, also diese Vorteile nutzen. Kommen wir auch nachher dazu, weil ich ein paar auch noch mal direkt hier auflisten will. Ich kann nur ein Trade eingehen, wenn ich aus einer grundlegenden, aus einer Vorüberlegung, aus einer Untersuchung heraus weiß, dass das auch tatsächlich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil, also final sogar einen Gewinnvorteil darstellt. Nur wenn ich das weiß, dann sollte ich auch den Trade eingehen. Und nur weil ich drei Linien in den Chart male, die ich dann Unterstützung, Widerstand und sonst was nenne, ist das noch lange kein Edge, sondern das reicht nicht. Ich muss wissen, dass dies auch wirklich einen Vorteil darstellt. Und nur dann. Ich sage tatsächlich im Umkehrschluss, der Anfänger nutzt zu gerne die Chart-Technik. Ich bin nicht derjenige, der sagt, sie kann gar nicht funktionieren. Worauf ich immer appelliere, die Chart-Technik macht es uns scheinbar so einfach. Die Linien lassen sich immer leicht reinmalen, unwahrscheinlich leicht. Aber ob sie dann auch eine Bedeutung haben, dahinter darf man natürlich ein Fragezeichen machen. Und nur weil da früher hunderte von Büchern geschrieben wird, wird es auch nicht besser. und selbst die Aussage, naja, es ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, weil es ja alle anderen machen, Vorsicht. Es machen zwar vielleicht viele weitere hundert oder auch tausende private Trader, der Große macht es aber nicht. Und der bewegt die Börse. Nicht wir. Nicht der Kleine. Wir bewegen nicht die Börse. Das heißt, mit der selbsterfüllenden Prophezeiung No Way. Dafür sind all unsere Konten auch zusammen viel, viel zu klein. Wir bewegen gar nichts an der Börse. Also, nur weil wir ein paar Linien reinmalen, erfüllt sich automatisch nicht diese Prophezeiung. Definitiv Antwort Nein. Ihr kennt die Zahlen. Wie viele Trillionen hier bewegt werden täglich am Devisenmarkt. Also, von daher machen wir da gar nichts. Der Profiteur macht doch noch was anderes. Er ist wirklich geduldig. Ich habe jetzt mal hier hingeschrieben wie eine Raubkatze. Einfach nur, unser Löwe, der kann da einfach sitzen, warten, 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 bis sich was bietet. Und wenn sich die Chance bietet, dann. Als Anfänger habe ich selber auch gemacht, neigt man wahnsinnig gerne zum Overtrading. In mehrfacher Hinsicht. Man macht die Order zu groß. Also, man überhebelt sich gewissermaßen, auch wenn man weit weg ist vom Margin Call, aber macht einfach immer viel zu große Order. Riskiert pro Trade eine viel zu große Summe, bezogen auf die Kontogröße. Und immer nach dem Motto, jetzt habe ich die letzten drei Stunden schon kein Trade gemacht. Jetzt ist aber Zeit, dass ich immer einen Trade absetze. Ich hoffe, ihr findet euch wieder bei dem einen Run, was da steht. Der Profitrader schaut nach einer moderaten Rendite. Der Anfänger träumt und will die Kontoverdopplung in wenigen Monaten. Und wer das anfängt durchzurechnen, was das bedeuten würde, wenn das denn ginge, muss schnell zu dem Schluss kommen, dass das nicht gehen kann. Wenn das möglich wäre, dann sofort bei mir melden, ich bin dabei, ich stelle mein Geld zur Verfügung, wer das nachhaltig beweisen kann. Es kann gar nicht gehen, das ist wieder der gesamten Wirtschaft. Stellt euch eine Firma vor, die es schafft, Wahnsinnsgewinne zu machen, wirklich Wahnsinnsgewinne, also hier Renditen im Sinne von Verdopplung in Monaten. Was würde man denn machen? Da gäbe es doch einen Haufen Interessenten, oder nicht? Die viel Geld bereit wären, das sich einzukaufen. Sehr viel Geld. Und die Wahrheit kann es gar nicht funktionieren. Wo soll es denn herkommen? Es gibt dann andere, die es adaptieren. Also, völlig unmöglich, ich sage das so knallhart, auch wenn das keiner hören will, und man dann doch wieder morgen von einem auf Facebook von jemandem liest, der es schafft, nach zwei Monaten sein Konto verdoppelt zu haben. Ihr lest halt nicht, dass es noch weitere 100 Varianten gab, die alle ihr Konto ruiniert haben. Und deswegen, das sind immer sozusagen die die Lucky nicht Loser, sondern wie heißen die dann? Ich nenne sie jetzt aber Lucky Winner. Dann ist das mal plötzlich möglich. Aber das ist keine Nachhaltigkeit. Das kann man garantiert nicht über Jahre hinweg so machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese Deutlichkeit und ich will trotzdem auch den anderen Aspekt noch sagen. Auch den will ich beim Traden überhaupt nicht von der Hand weisen. Traden macht auch Spaß. Und gerade als ich das wirklich noch als reiner Feierabend Trader gemacht habe, war es auch insbesondere mein Spaß. Und warum nicht? So what? Wenn man dabei nicht tausende von Euros pro Monat verballert, ist ja auch noch alles okay. Also den Spaß gönne ich uns allen. Ah, danke. Lucky Puncher, der war es. Der fehlte mir. die gibt es natürlich, die Lucky Puncher, dass man einfach mal, aber die sind verdammt selten und garantiert nicht nachhaltig und nicht ständig wiederkehrend. Einfach nochmal sacken lassen, das eine oder andere sollte immer den einen oder anderen auch treffen, damit ich mir nahezu sicher. Ansonsten würdet ihr mich wirklich überraschen, wenn ihr so diszipliniert seid, dass hier von gar nichts auch nur ansatzweise auch bei euch irgendwo zutrifft. Also ich nehme mich definitiv für so manche Trading Aktivität dann nicht grundsätzlich aus. Zumindest wenn ich off the road sozusagen dann trade. Ich habe gesagt, Charts, da bin ich immer so ein bisschen kritisch und will auch ein bisschen mehr sagen, warum. Klar, wir verwenden alle Candlestick Charts oder ähnliche Varianten. Also die sehen dann nur ein bisschen anders aus, aber sei es drum. Also mehr oder weniger. Wir machen das alles. Aber eigentlich ist ein Börsenkurs was anderes. Ein Börsenkurs ist eine sogenannte Zeitreihe. Eine Zeitreihe von Ticks. Jeder einzelne Trade bei wo und wem auch immer ist ein einzelner Tick. und nichts anderes ist die Abfolge der Börsenkurse. Also eine Abfolge von Volumen und dem Match einer Kauf- und einer Verkaufsorder. Und dieser Preis ist dann der, der mit dieser Zeit verknüpft wird. Und nichts mehr. So ein Candlestick, so ein H1-Dingen ist gewissermaßen die Komprimierung dieser einen Stunde einfach auf vier Zahlen. Und zwar den Open, also den ersten Kurs innerhalb dieser Stunde, den letzten, das ist dann der Close von dieser Kerze. Und irgendwann gab es natürlich innerhalb dieser einen Stunde, also dieser einen Kerze, weil ich ja auch allgemein über Candlesticks reden will, gab es natürlich ein High und Low. That's it. Ich weiß dann im Nachhinein, wenn ich die Kerze sehe, auch noch nicht mal mehr, was zuerst da war, High oder Low, oder ohnehin weiß ich gar nicht, wann denn die Kerze, also wann High und Low überhaupt aufgetreten sind, was tatsächlich noch schlimmer ist, ich weiß noch nicht, mal das heißt, ein Candlestick ist nichts anderes als die Komprimierung einer Stunde von Ticks auf diese vier Zahlen und kein bisschen mehr. Wenn ich jetzt anfange, da groß was rein zu interpretieren, ich mache gleich noch Ausnahmen, keine Sorge, weil es gibt schon noch Ausnahmen, woher, warum, so what? Ich weiß gar nichts über die Stunde, wenn ich diese Kerze da sehe, also wenn es eine Stundenkerze ist. Ich weiß nichts. Ich weiß den Open, ich weiß den Close und ich weiß, wo das High und das Low war. Mehr nicht. Was soll ich da jetzt rein interpretieren? Dann ist die Rede von einer Doji-Kerze. Okay, zeichnet sich dadurch aus, dass der Open und der Close eigentlich auf gleichem Level sind und damit es auch noch ein bisschen sozusagen optisch schon mal ein bisschen mehr auffällt, sollte sie noch ein bisschen größer nach oben, ein bisschen größer nach unten sein. Ja und? Ist doch völlige Willkür. Nur weil die Stunde halt um 0, also 14 Uhr beispielsweise anfängt und 15 Uhr dann die nächste Kerze losgeht, würde ich nur meine Stunde anders legen, vielleicht eine halbe Stunde versetzt, würde diese Kerze total anders aussehen. Also was soll ich da jetzt noch großartig reininterpretieren und selbst wenn ich eine Kerze habe, die nur aus einem Body besteht, also so eine Kerze, die, machen wir mal eine Long Kerze, die einfach irgendwo unten anfängt, einen ganz langen Körper hat und dann bis nach oben geht und da dann closed. Was weiß alles alles was ich weiß ist, dass tatsächlich dann in meinem Fall der Open gleich dem Low war und der High gleich dem Close war. Was soll ich da jetzt noch weiter rein interpretieren? Die werden dann mal gerne mit Stärke verbunden und wenn sie dann auch noch groß sind. Nee, eine Kerze sind vier Zahlen. So nüchtern müssen wir uns das nun mal machen. Was wollen wir denn da mehr? Das reicht doch. damit will ich auch was anfangen unbedingt und natürlich gucke auch ich auf meine Candlestick Charts aber was soll ich da jetzt noch zusätzlich rein interpretieren? Es gibt gleich ein paar Ausnahmen und dass die Historie wo das Ganze herkommt das auch ein bisschen anders meinte steht gleich auch in der Ausnahme Ich will halt mal nur den Blick öffnen was Charts angeht Ich will das ganz bewusst auch noch mal kurz hier im praktischen Beispiel zeigen Ich nehme mir einfach irgendwas Ich nehme jetzt mal eben ein Gold Chart und mache den auch mal groß den Gold Chart So da habe ich ihn und jetzt machen wir uns mal ein H1 Chart Prima und ich will einfach mal irgendwo in die Vergangenheit gehen fragt mich nicht wo ich jetzt hier bin Ihr wisst was jetzt passiert ich ist hier nett sicherlich mir mal so die Maxima markieren also dass ich jetzt sowas wie einen oberen Bereich mache zum Beispiel hier das gleiche könnte ich dann für den unteren Bereich machen und auch den noch mal markieren da würden mir hier mehrere Stellen einfallen die ich hier gerne markieren würde zum Beispiel würde ich diese Stelle markieren das könnte eine Unterstützung sein und und also wären so Varianten das andere was man natürlich anfängt ist man würde hier mit 1 2 3 Manier Hochs und Tiefs und dann die Trends genauer beschreiben ich empfehle euch mal macht das mal so ähnlich wie ich das jetzt gerade auch mache ich bin einfach versucht jetzt ist mir glaube ich gar nicht gelungen einfach an irgendeine Stelle im Chart gegangen um jetzt anschließend doch mal wieder zu scrollen wie es denn weiter geht jetzt war ich leider schon am Ende ok zweiter Versuch so das wollte ich so genau nicht ich wollte eigentlich irgendwo hin wo ich dann vielleicht nicht so genau weiß wo ich bin und mal dann hier meine Linien ich mache es jetzt mal ganz auf die schnelle macht mal so ähnliche Experimente ihr werdet sehen das ist immer wieder herrlich dann würden wir vielleicht noch hier was hin malen jetzt haben wir die Linien gemalt und dann anschließend scrollen und mal gucken was denn aus unseren Linien geworden ist ob die noch irgendwo anders im späteren verlauf eine bedeutung haben was wir nämlich immer so gerne falsch machen ist wir gucken uns den endzustand an also wir scrollen jetzt mal eben hier komplett an den ans ende also zum ist und gucken uns dann im Nachhinein gucken wir uns an wie denn das hier so gelaufen ist und dann sagen wir okay guck mal hier diese Aufwärtsbewegung höheres hoch tief noch ein höheres hoch höheres tief noch ein höheres hoch prima okay der nächste tief war leider zu tief aber wurde dann wieder gebrochen ist noch weiter hoch gegangen wir interpretieren das was wir sehen ja die komplette Vergangenheit was wir dann auch sehen wollen und das ist immer das gefährliche dass wir immer genau das hier rein legen was wir auch sehen wollen und immer wenn ihr das Experiment macht dass ihr einfach einen Chart mal irgendwo hinscrollt und für diesen Moment tatsächlich alles einmalt und dann in die Zukunft geht in fast aller Fällen waren alle Linien die er vorher gemalt hat bedeutungslos wenn ich jetzt in diesen Chart alles einmale hat es natürlich Bedeutung weil ich ja auch bis in die aktuelle Gegenwart gucke was sich fast nie jemand macht ist die Mühe Linien jetzt reinmalen und einen Monat später in genau die Linien noch mal zu gucken und dann sieht das Bild nämlich plötzlich wieder ganz anders aus und das ist halt sehr gefährlich dass wir in Charts genau das sehen wollen also wir sehen das was wir sehen wollen ich mache mal gerne einen Vergleich und der Vergleich heißt denkt mal an eure Kindheit da hat man garantiert irgendwann mit Eltern mit wem auch Informationen sich angeguckt und siehe da plötzlich war da ein Löwe plötzlich war da irgendwas natürlich das schien da so am Himmel zu sein und so ist es hier mit dem Chart genauso wir wollen dann das sehen wir sehen dann das was wir sehen wollen wir fangen dann genau an die Sachen miteinander zu verbinden die irgendwie jetzt gerade so eine schöne Symmetrie aufweisen ganz gefährlich ich meins nicht beweisen das will ich sofort gestehen aber also ich kann nicht beweisen dass es nicht geht aber ich habe auch noch nie einen Beweis gesehen dass es geht ich sehe nur Tasse mit Henkel schreibt gerade einer wir kennen die Zukunft naja also ich kenne sie noch nicht also gut ist immer das Experiment ein Chart mal einfach so schnell in die Vergangenheit scrollen dann mal was einmalen und dann sich wirklich die Zukunft angucken die danach gelaufen ist das ist immer ein durchaus interessantes Experiment kann ich nur jedem empfehlen bei den Charts gibt es ein paar Ausnahmen auch was Candlesticks angeht und zwar immer dann wenn es um intrinsische Zeiten genannt wir werden sofort mitkriegen was ich meine fangen mal kurz an mit dem Gegenbeispiel genau genommen hat mich erst noch mal jemand letztens in irgendeinem Webinar darauf aufmerksam gemacht nehmen wir uns mal einen D1 Chart im Forex und stellen uns mal vor wir sitzen in Deutschland als nächstes in England irgendwann in den USA und vorher auch in Japan Ja Der D1 Chart sieht ja dann bei jedem anders aus weil der Tag ja bei jedem zu einer anderen Stunde anfängt Es gibt da keine Norm wann ein D1 Chart anfangen sollte Führt ja auch zu den kleinen Kuriositäten dass wir auch Broker haben wo wir keine Sonntagskerze haben was eigentlich schöner ist weil die Kerze meistens so auf ein zwei Stündchen verkümmert ist Also da wo der Tag anfängt wenn der jetzt zu einer objektiv anderen Uhrzeit anfängt dann ändert sich ja jedes Mal der Chart Spätestens da wird es irgendwie komisch im Forex Markt mit unseren D1 Candles W1 würde übrigens dann schon wieder gehen weil das Wochenende also sozusagen fängt dann eher wieder alle gleich an ich will das mal was anderem abheben D1 Charts also Tagescharts wenn ich zum Beispiel auf Aktien gucke oder auf den FDAX oder auf den Xetra DAX und ihr kennt genügend andere Beispiele da hat der D1 Chart jetzt dann doch langsam eine Bedeutung der wird jetzt doch ein bisschen interessant weil der Open ich nenne ihn mal ist intrinsisch der Open vom FDAX ist nun mal 8 Uhr egal ob ich in Deutschland sitze oder in England sitze da steht dann zwar nicht mehr 8 Uhr auf der Uhr sondern bei dem ist dann 7 Uhr 7 Uhr morgens bei dem im England aber es ändert nichts er eröffnet das heißt der FDAX hat eine echte Eröffnung und da über Nacht irgendwelche Entwicklungen irgendwelche Sachen auf der Welt passiert sind passiert gerade zur Eröffnung dann durchaus etwas jetzt aber definiert und nicht so willkürlich irgendwo am Tag das heißt wir haben intrinsische Zeiten in unseren Kursen drin gerade auch jetzt wenn wir auf den Aktienmarkt gucken man redet nicht umsonst dann von der Eröffnungsauktion es läuft auch ein bisschen anders ab an der Börse was das Matchen angeht von den Kauf- und Verkaufsorderen will ich aber jetzt nicht weiter drauf hineingehen da kriegt jetzt plötzlich der Open dieses D1 Charts eine andere Bedeutung als der Open Dienstag morgens 0 Uhr im Euro US-Dollar das ist total willkürlich und das hat tatsächlich eine Bedeutung auch für die Aussagekraft dieser Kerzen weil Anfang und Ende echt eine saubere Definition haben also sie sind intrinsisch da und als die Candlesticks erfunden wurden gab es noch keinen 24-7 Handel also fast 7 also da wurde nicht rund um die Uhr getradet da ging es insbesondere um sowas wie Preise von Reis und der gleich mit festen Anfängen und festen Enden und das macht dann schon sehr sehr viel aus es ist halt so dass nämlich genau diese Handelspausen also diese Nächte dann wirklich ich nenne sie jetzt mal einfach Nächte einen neuen Handlungsbedarf generieren können da ist dann tatsächlich noch Neues passiert im Volksmarkt sieht das im Wesentlichen jetzt abgesehen von Wochen hin anders aus der ist nun mal immer da da wird immer getradet da gibt es nichts Neues also deswegen es gibt Charts mit intrinsischen Zeiten und da sieht dann auch die Bedeutung der Candles deutlich anders aus ja sonntags sind eigentlich die Kerzen auf der Torte ja zumindest wenn man Geburtstag hat aber ihr wisst wir haben halt auch Sonntagskerzen hier in unseren Charts die sind mir also die haben immer noch andere Bewandnisse die jetzt kommen wir mal kurz noch ins technische Details wer also EMAs in einen Tags Chart reinlegt muss natürlich schon noch die Frage stellen ob er Sonntagskerzen hat oder nicht weil diese ein zwei Stündchen da am Sonntag gehen in den EMA oder SMA oder was auch immer voll ein so als wenn sie ein echter separater Tag wären ob das eigentlich wirklich sinnvoll ist könnte man tatsächlich ohnehin dann in Frage stellen ist übrigens der Grund warum dankenswerterweise an Peter Müller wenn wir Strategien mit irgendwelchen EMAs auf Tagesbasis machen wir immer die Sonntagskerzen ausblenden also ich sage jetzt mal gerade Peter hat dafür gesorgt dass die dann komplett immer ausgeblendet werden und nutzt dann nicht die eingebauten Funktionen für diese ganzen Indikatoren Berechnungen weil ich finde einfach diese Sonntagskerze hat nicht die gleiche Bedeutung wie die nächsten fünf Wochentagskerzen also das heißt wir mal einen kleinen Exkurs in die Chart Technik beziehungsweise in die Vorsicht mit den Charts ist mir immer wichtig auch das jedes Mal zu betonen es ist zwar so leicht da so viel herauszulesen aber vertraut lieber den Zahlen selbst was wichtig ist und was wirklich auch erfolgreiche Trader definitiv immer nutzen sind diese Edges also diese Vorteile diese Wahrscheinlichkeitsvorteile und wahrscheinlich einige von euch die jetzt schon oft Webinare von mir hier geguckt haben darum dreht sich ja eigentlich sonst auch immer wenn wir wenn wir einen DAX Day of Week machen und daraus Strategien ableiten aus dem aus dem Wochentag relativ zu einem EMR dann nutzen wir oder wir identifizieren einen Wahrscheinlichkeitsvorteil den wir dann anschließend für die Trading Strategie verwenden es gibt aber noch viel einfachere als diese komplizierten abgeleiteten oder Breakout Strategien die wir machen und 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 also diese ganze Latte von auch vielen vielen Webinaren aus der Vergangenheit wo es de facto eigentlich immer um einen solchen Wahrscheinlichkeitsvorteil ging es gibt einen viel einfacheren wenn ich einfach mal sage unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum ausgerichtet wird das wahrscheinlich werden das die meisten von euch unterschreiben das heißt aber im Umkehrschluss auch was es gibt einfach einen nordwärts gerichteten Bias für alle Indizes und Aktien das heißt nicht zwangsläufig dass jede Aktie dauerhaft nach Norden läuft es gibt einfach auch Firmen die Scheiße bauen und dann geht es denen irgendwie an den Kragen nicht zwangsläufig aber in Summe kann das Ding einfach nur nach oben gehen das heißt was meine ich jetzt muss ich mich mal selbst korrigieren nicht Overtrades Overnight Overnight Trades in Indizes oder auch Aktien sollte man eigentlich nur Long machen sollte man klingt wahnsinnig konjunktiv ist aber so gar nicht gemeint darf man nur Long machen oder man macht sie gar nicht das heißt ihr könnt euch eigentlich also natürlich dann guckt man in den Chart und denkt oh guck mal da hat diese Short Chance und wie es da nach unten gerasselt ist im Zweifelsfall gibt es ja immer noch die Seitenlinie das heißt ich kann auch einfach mal sagen ich trade gar nicht ich warte bis der Kurs schön brav nach unten gepurzelt ist und steige dann wieder Long ein wenn ich diesen Bias der wirklich übergeordnet da ist und an dem wirklich keiner vorbei argumentieren kann da gibt mir die mehr als hundertjährige Börsengeschichte mehr als recht ich habe vergessen wie viel es war aber ich glaube der Dow Jones hat sich irgendwie verhundertfacht oder ich habe die Zahl vergessen es geht Norden und wo sind die anderen Erfolgsgeschichten naja Warren Buffett wer kennt ihn nicht natürlich redet er und sicherlich hat er ein gutes Händchen für die richtige Auswahl von Aktien aber eigentlich ist das Wesentliche was er macht ist halt dieses Long Only und das ist ein Bias der ist nicht von der Hand zu weisen und der ist verdammt verdammt mächtig übrigens sind 95% aller Vermögensverwaltungen sind Long Only Strategien und ich will da überhaupt nichts Negatives zu sagen sondern die Vergangenheit gibt dir doch ohnehin recht gut das kriege ich ja noch ich lese gerade einige Hinweise sogar ein bisschen politischer Natur aber hier gibt es noch einen anderen Hinweis den will ich gerne nochmal aufnehmen Short geht aber schneller ja das stimmt das ist eine sehr gute Beobachtung die Abverkäufe gehen deutlich schneller zeitlich als die Anstiege das heißt wenn ich den richtigen Moment immer identifizieren könnte super dann kriege ich sogar in kürzerer Zeit wahrscheinlich sogar noch mehr Geld verdient das Schwierige ist immer nur das zu erkennen ich will den Bias aber nochmal erwähnen der Bias hat eine Vorzugsrichtung der geht nach Norden und es zwingt mich keiner Short Trades auf Indizes oder Aktien zu machen zwingen tut mich wirklich keiner und wie einfach und entspannt das dann durchaus gehen kann will ich auch gleich nochmal ein praktisches Beispiel zeigen das ein anderer Hinweis gerade wer jetzt hier Aktien Long Traded dann gibt es natürlich auch noch die Dividenden nicht zu vergessen ich werde euch mal kurz einen Blick auf eine Strategie zeigen wie sie auch hier bei JFT läuft und zwar auf eine reine Index Strategie das ist diese die tradet die sozusagen Major Indizes und logischerweise ist es ja eine reine Long Only Strategie also es werden hier neun verschiedene Indizes getradet ausschließlich Long das mache ich jetzt seit wir gucken mal gleich auf die Trade Resultate übrigens es werden immer nur gewartet auf eine Korrektur und es wird auch nur getradet wenn es übergeordnet überhaupt nach oben geht wenn es nachher zu stark nach unten geht dann wird einfach das Traden sein gelassen ausgesetzt keine Trades diese Strategie hat auch im Februar gab es ja mächtige Einbrüche an den Märkten bestens überstanden das ist ihre Equity das ist der Kontostand jetzt will ich auch ehrlich sein und auch die Equity tatsächlich zeigen das heißt da sehen wir auch zwischendurch die Floating Verluste die mit drin waren ist also eine Strategie die jetzt hier seit Mitte November läuft also ungefähr knappes halbe Jahr hat in der Zeit knapp 8% verdient und ist eine reine Long Only Strategie das heißt sie nutzt diesen Bias und nichts anderes und kaufen in der Korrektur und dann halten bis wir den Gewinn realisieren und das ist eine relative entspannte Strategie Only Long kann aber auch 20 Jahre Stillstand bedeuten schreibt gerade jemand 20 also jetzt wenn man tatsächlich mal den 100 jährigen Dow Jones Chart anguckt dann findet man in der Tat solche Phasen und sicherlich würden wir auch in der jüngeren Vergangenheit vielleicht fast so 10 oder 5 jährige Stillstände erreichen ihr wisst in Wahrheit traden wir natürlich nicht eine Strategie sondern mehrere wenn dann die eine Strategie gerade einen Stillstand aufweist und selbst über Jahre so what das kriege ich über meine Diversifikation hin und von daher ich kann das natürlich nicht kleinreden das gibt es natürlich ich merke ich rede hier in Summe viel zu viel bin ja völlig aus der Zeit gelaufen aber gehen wir weiter was sind andere fundamentale Biases fundamentale Biases natürlich auch im Gold und im Öl da mache ich mal einen kleinen Zusatzhinweis wenn es nicht grundlegende technische Neuerungen gibt theoretisch könnte beides obsolet werden vielleicht erfindet jemand doch eine billige Art wie man Gold keine Ahnung auch anders herstellt frag mich nicht ich bin Physiker mir würden Sachen einfällen die sind aber alle nicht billig wie man tatsächlich Gold herstellt aber die sind halt so teuer dass sich das nicht lohnt und vielleicht findet man auch einen Ersatz für Erdöl wie auch immer grundsätzlich sind das Long-Kandidaten bilden wir nur auf eins hinaus unterschätzt diesen Bias nicht nutzt ihn wenn er doch schon da ist nehmen wir ihn noch mit selbst positive Swap-Kosten können was Nettes sein das Forex-Universum ist so groß ungefähr ein Drittel aller Währungspaare werden wenn man beide Richtungen mitzählt also Long oder Short dann findet er in einem Drittel immer auch welche mit positiven Swap-Kosten dann stützen wir uns doch darauf zwingt uns doch keiner unbedingt Euro-US-Dollar Long zu traden wenn wir meinen es ist gerade ohnehin die bessere Idee Short und dann auch noch den so warum nicht also kann man machen einfach damit ausnutzen das Forex-Universum ist einfach groß genug und auch dazu jetzt steht da schon im T4 gibt es dann machen wir bei einem anderen Webinar mal eine komplette Strategie wie wir das genauer ausnutzen wir haben aber auch noch weitere Edges im Forex-Markt abgesehen von dieser Geschichte mit den Swap-Kosten das muss ich jetzt ein bisschen verkürzen weil sonst glaube ich jetzt zeitlich wirklich völlig aus dem Ruder indem ich euch nochmal ein Bild zeige was wir in Wahrheit schon längst mal hatten aber ich muss es einfach nochmal zeigen weil es so wichtig ist es geht um die Frage wie weit in Prozent läuft typischerweise ein bestimmtes Paar ein bestimmtes Underline und hier ich habe es jetzt bewusst das ist tatsächlich wiederum das Neue wir hatten das nur so grundsätzlich mal dieses Bild ich habe es jetzt aber mal zeitlich ein bisschen weiter ausgedehnt das war mal wie wirklich über längerfristige Zeiträume kommen also bis hin zu einem Jahr wie weit prozentual läuft ein Währungspaar und Gold habe ich jetzt hier mal als Währungspaar mitgenommen eigentlich und ihr seht schon hier in dieser Art von Auftragung also am weitesten Wegkommen im statistischen Mittel über die letzten 14 Jahre tut Gold und zwar bei weitem also der Unterschied dem muss man sich der gilt übrigens das ist ungefähr ein Faktor 3 zwischen dem sozusagen der am weitesten läuft und der am wenigsten wegläuft das gilt für jede Zeit das gilt sowohl für die Stunde wie die 5 Minuten wie die 4 Stunden mit einem Tag wie 100 Tage oder einem Jahr dieses Bild ist wesentlich mächtiger als man immer auf Anhieb erahnt ich will kurz die Achsen wieder auf logarithmisch machen damit das nochmal deutlich wird wie wie bedeutsam die Auftragung eigentlich ist weil in dieser doppellogarithmischen Auftragung sieht man dass alle Kurven zu geraden werden die haben alle knapp die Steigerung 0,5 das mal so eben nebenbei leicht abweichend wie groß also hier nochmal die Unterschiede sind bei einem Tag also Gold läuft typischerweise innerhalb eines Tages um 0,8% der die Unterseite hier bildet Euro Schweizer Franken mit gerade mal 0,1 0,2 0,26 das ist dieser knappe Faktor 3 jetzt stellt euch vor ihr macht eine Strategie ihr wollt Trendfolge machen ihr wollt wenn Ausbruch dann soll es losgehen mache ich das dann im Euro Schweizer Franken das Ding läuft doch sowieso nicht weg hier ist alles prozentual Trades gehen wir meistens ähnlich ein das heißt das hat hier schon was auch mit Trades zu tun so wie wir Stopplosse setzen und damit auch was mit dem Risiko was wir eingehen gucken wir also ganz nüchtern hier hin die sind in der Reihenfolge hier farblich oder die Reihenfolge die hier auch in der Legende ist entspricht ich muss mich noch mal nachdenken genau der 10-Tages-Reihenfolge also wir sehen sofort Schweizer Franken ist der läuft überhaupt nicht das Ding läuft nicht vom Fleck während viele japanische Yens Neuseeland-Dollar japanische Yen australischer Dollar japanischer Yen die laufen da kann man Bewegung bekommen das hat allerdings dann wieder eine unmittelbare Auswirkung da kommt noch mal von jemanden gerade Euro-Türkische Liga Mega-Swap-Monster jo genau das ist also nur der Hinweis von von vorhin und nochmal der Hinweis von jemand von euch man braucht einen richtigen Brower ja das sowieso wichtiges Thema nochmal zurück hier zu den wer läuft wer läuft nicht dieses Bild ist extrem hilfreich ich kann hieraus unmittelbar etwas über Strategien sagen Ausbruchs Trendfolgestrategien mache ich nur für diese die hier unten sind die laufen da kann ich Bewegung erwarten die ich dann brauche mache ich Strategien die mehr so auf Reversals gehen also Kurs kommen wieder zurück seitwärtsphasen ewige seitwärtsphasen und an oberen Kanten gehe ich dann einfach einen Short Trade ein weil das Ding ja sowieso wieder in seinen Kanal will und da drin ewig drei Tage verharren will die habe ich sofort hier oben stehen das sind die wo ich mit Reversal Trades extrem gut arbeiten kann das heißt ich habe auch für den Forex-Markt schon ad hoc eine Art Edge in der Auswahl welches Underlying in welcher Strategie hilft mir wahnsinnig auch bei der ganzen Strategieentwicklung um immer zu fragen was mache ich denn wo zusammengefasst kann man hier sofort sagen also die Strong Mover das waren gerade so die Japanese Yens und Gold sind ideal für Breakout Trades Trendfolgestrategien kriegen danach ein Chance Risikoverhältnis deutlich größer als eins weil wenn der Move kommt dann kann ich richtig was verdienen diese Weak Mover also die die eigentlich nicht vom Fleck kommen kann man ideal benutzen für die ganzen Reversal Trades Seitwärtskanal Trades und da kann man durchaus auch Trades machen mit CRVs kleiner eins ist immer überraschend für den einen oder anderen aber es gibt kein gutes CRV es gibt nur das richtige CRV für die richtige Strategie also CRV ist nicht deswegen gut weil es meinetwegen 10 zu 1 ist kein bisschen erfolgreicher ad hoc wenn ich das richtige Währungspaar auswähle kann ich schon eine Menge mit erreichen und zwar wirklich sehr viel ich hatte gesagt ein paar Weisheiten einfach auch mal noch ein paar Sachen zum schmunzeln also ich würde mal sagen ignoriere diese schönen Trading News also die man so bei Facebook oder sonst wo liest ach gibt es zig zig Beispiele wo jemand von genialen Trades im Nachhinein berichtet oder schon in der Ankündigung also ich würde alle ignorieren wenn ich nicht ad hoc weiß welche Kompetenz hat denn der Schreiber sonst brauche ich mich daran gar nicht sozusagen orientieren weil dann ist es Cherrypicking dann sucht jemand so lange schreibt so lange und löscht anschließend Beiträge bis alles wieder passt oder ihr nehmt einfach die Devise wenn ihr schon mal Veranstaltungen besucht womöglich auch zu Seminaren gebt auch Geld dafür ausgibt zeige ich mir deinen Kontoauszug diese Frage ist berechtigt an jeden Referenten von einer jeden Veranstaltung erst recht bei kostenpflichtigen Veranstaltungen zeige ich mir einfach deinen Kontoauszug die Frage dürft ihr gerne stellen da sollte jeder seriöse nur eine Antwort zu kennen einen Moment ich hole ihn und das meine ich sehr sehr ernst weil ich weiß wie viel Schindluder hier in Summe getrieben wird dann geht es oft um Versprechungen und den Satz den habe ich das erste Mal von jemand anderem gehört vom Heiko Seibel da habe ich ihn aufgeschnappt ob er dann wiederum von ihm ist das weiß ich gar nicht aber ich finde den einfach nur genial das gilt sowohl für Versprechungen als auch für irgendwelche historischen Equity Kurven die man vielleicht zeigt oder verkauft oder wofür auch immer einsetzt was zu schön ist um wahr zu sein ist zu schön um wahr zu sein ich finde das Ding einfach so genial weil es spiegelt wahnsinnig viel wichtiges es ist dann halt zu schön das kann nicht sein also es ist zu schön um wahr zu sein und denken wir mal an diese die hatte ich schon mal in einem anderen Webinar genannt es gibt in der Broker Szene eine 90-90-90-Regel die übersetzt heißt 90% aller Trader verlieren 90% ihres Kapitals in 90 Tagen das möchte ich gerne mit dazu beitragen dass das nicht passiert und wer vieles von dem beherzigt was noch heute im Webinar war oder auch in vielen anderen Webinaren hoffentlich kommt auch der Sache noch näher oder einfach weil ihr gute Trader seid diszipliniert seid und die Dinge da schon im Griff habt Traden erlernen ist ein echter Job das ist ein anderer Irrtum der gerne gemacht wird natürlich brauche ich nur Stunden um jemandem zu zeigen wie ein Konto eröffnet wird ein MT4 zu bedienen ist und wie man ein paar Trades absetzt das ist wirklich kein Hexenwerk aber es ist in Wahrheit ein echter Job und den muss man erlernen und wenn ich hier schreibe Break Even kann man in circa ein bis drei Jahren erreichen dann steht da einmal das Wort kann nicht wird und ihr seht es dauert es ist eine lange Durststrecke die in der Regel da gegangen werden muss und es ist nicht von irgendwoher dass ich das hier so schreibe sondern entspricht auch sowohl meiner eigenen Erfahrung als auch vielen Gesprächen und auch Coaching vorhaben kommt noch mal ein netter Hinweis also die 90-90-90-Regel berichtet gerade jemand manche können das aber in zwei Tagen also wahrscheinlich in zwei Tagen 90% ihres Kapitals verlieren also immer wir sind nicht im Casino sondern wir haben eine sehr sehr ernste Angelegenheit wir sollten uns auch vergegenwärtigen wenn man mal von Gegnern redet wir alle Trades brauchen ja Partner und in den meisten Fällen sind das ja nicht wir untereinander weil wir einfach nur ein verschwindendes kleines Volumen an der Börse stellen nein unsere Partner also Gegner also Trading Partner sind die ganz groß und die verdienen Geld und wenn sie es nämlich nicht tun würden dann würden sie es einfach sein lassen weil so wie das nun mal ist im Wirtschaftsleben wenn ein Geschäftsfeld nicht mehr profitabel ist dann macht man es im Zweifelsfall dicht vorher gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten aber wenn es gar nicht anders geht dann hört man halt damit auf also wer sind unsere Gegner unsere Partner beim Traden es sind die Großen und mit denen nehmen wir es auf das ist schon mal eine Herausforderung sollten wir uns aber auch wiederum ganz objektiv vergegenwärtigen jetzt habe ich heute wirklich verdammt viel und lange geredet bin etwas über die Zeit hinausgeschossen hätte ich so gar nicht gedacht ich dachte eher ich komme jetzt 10 Minuten kürzer aus ist aber nicht so war ein bisschen anders heute ich will auch noch mal kurz zusammenfassen aber mir sind die Sachen extrem wichtig auch wenn manche vielleicht belehrend erscheinen aber wenn ihr für euch zum Schluss kommt habe ich verinnerlicht läuft super Glückwunsch finde ich klasse das meine ich sehr sehr ernst für mich ist es so dass ein Trader einen erfolgreichen Trader einiges auszeichnet er ist halt extrem diszipliniert guckt nach eurer blauen Ader und pflegt sie ein wenig er tradet nach festen Regeln er hat definitiv immer einen Stop-Loss um unkalkuliert Risiken aus dem Weg zu gehen er nutzt genau die Wahrscheinlichkeitsvorteile die er sich herausgearbeitet hat also er nutzt Edges oder er ist definitiv konservativ in seinen Erwartungen an die Resultate die man mit dem Traden erreichen kann sehr konservativ wer da von Kontoverdopplungen in kürzester Zeit ausgeht ist definitiv dann am falschen Platz das ist dann halt so ähnlich wie Casino nicht dass das natürlich auch Spaß machen kann will ich überhaupt nicht in Abrede stellen aber natürlich muss man sich auch dem anderer möglicher Konsequenzen bewusst sein also es gibt hier eine Aufforderung von einem nein keine Aufforderung sondern ein Vorhaben ich wiederhole es hier einfach anonym natürlich ich mache Goldman Sachs platt hat gerade jemand geschrieben viel Erfolg das kann ich auf jeden Fall sagen ich mache mit also ich bemühe mich auch daran mitzuarbeiten also sind wir schon zu zweit lass uns mal da was anfangen also soweit von heute natürlich Feedback gerne E-Mails ihr wisst auch das Excel-Sheet was ich vorhin gezeigt habe könnt ihr wieder gerne auch auch haben mit den Daten um daraus andere Auswertungen ebenfalls zu machen kein Problem einfach eine E-Mail hier an die eingeblendete Adresse sozusagen wahrscheinlich hat der ein oder andere die Folie schon runtergeladen da steht sie natürlich dann im Zweifelsfall auch nochmal drauf soweit von mir natürlich euch noch einen wunderschönen Abend und in zwei Wochen kommt es dann wieder zu einer direkten Strategie ihr werdet sehen da machen wir wieder was Neues einen Edge den wir ja brauchen wie wir wissen also macht's gut bis dahin tschö